Also gerade wenn ich jetzt eine neue Führungskraft bin oder eine junge Führungskraft, die das erste Mal in so eine Rolle kommt, dass hey, du hast ein Team und du musst jetzt Besprechungen machen oder du managst jetzt Besprechungen, dann ist es für die Entwicklung, für die Führungskraft selbst und für das Team, glaube ich, nicht sonderlich gut, wenn man da einfach eine Checkliste an die Hand bekommt und sagt, ja, schedule einfach 22 Minuten Besprechungen, mach eine Agenda von vier Punkten, dann sag allen Menschen, es ist Handyverbot, dann sag allen Menschen, sie sollen aufpassen, man darf sich nicht hinsetzen, wir stehen alle quasi nur da und besprechen, ich weiß jetzt nicht, was die anderen Tipps waren, aber quasi vom Verständnis her geht das in eine Richtung von, das sind Vorgaben, die du machst, ohne dass du tatsächlich dann überhaupt mal darüber nachgedacht hast, welche Prozesse stehen denn da dahinter und das finde ich so eine Sache, die in dieser ganzen Entwicklungsgeschichte halt eher nach hinten losgehen kann, weil man da keine Kultur entwickelt oder auch das eigene Führungsverständnis einfach nicht richtig schulen und entwickeln kann, würde ich sagen.